Also, 10. Februar 2020 und willkommen zur neuen Live-Version des Fortnite Daily Shops. Der YouTube-Chat wird gleich wieder eingeblendet, wie immer. Dann könnt ihr alle eure Mamis grüßen und so weiter, wenn ihr möchtet. Und mir ein bisschen was erzählen über die Sabine, ob die auch bei euch vorbeigekommen ist. Aber wir warten jetzt erstmal gemeinsam hier auf den Shop. Eine Sekunde nochmal schauen, ob heute was Neues reinkommt. Wir hatten ja Longthorn gestern drin, ne? Oh, die ist schon wieder weg, oder was? Ne, die ist noch da. Okay, pass auf, wir müssen mal anfangen hier vorne. Wen haben wir denn drin? Bullseye ist drin. Das ist geil, denn Bullseye hat jetzt zwei verschiedene Varianten bekommen. Die kann ich euch zeigen, indem ich hier einmal reingehe. Denn der gute Shop lässt mich das ja nicht machen sonst. Aber hier kann ich euch das Ganze mal zeigen. Die hat nämlich noch eine zweite Variante bekommen hier. Also greift da auf jeden Fall zu, würde ich sagen. Denn preislich gesehen ist es auf jeden Fall geil. Vor allem, wenn ihr irgendwie was braucht, was zwei verschiedene Styles hat. Also ich feiere das auf jeden Fall. Gehen wir mal zurück und schauen uns mal tatsächlich den Shop weiter an. Was haben wir noch drin? Zuki ist drin. 1200 V-Bucks. Übrigens Bullseye, 29 Tage her. 1200 V-Bucks für Zuki. Einer meiner Lieblingsskins. Lange, lange Zeit gewesen. Richtig geiler Skin. Wäre cool, wenn die eine menschliche Form bekommen würde. Würde ich echt feiern. Stinger ist drin für 300. Cyckeln wir mal durch hier. Kommt natürlich dann hier mit diesem Copper Wasp Typen, den ich nicht so feiere. 1500 V-Bucks. Was haben wir noch drin? Powerpunch, sein Harvesting Tool. 32 Tage her. Also ganz cooles Set auf jeden Fall. Dann haben wir hier Faded Cool drinne für 300. Cyckeln wir auch mal schnell durch. Ja, sieht auch ganz gut aus. So ein bisschen Bananen mäßig. Was haben wir noch drin? Moxie. Moxie weiß ich nicht, was ich von der halten soll. Bin mir nicht so sicher. 35 Tage her auf jeden Fall. Zwei verschiedene Styles. Kommt mit der Clover Axe hier. Was haben wir noch am Start hier? Dailies, der Survival Specialist am Start. 1200 V-Bucks. Ja, 62 Tage her. Wir haben den Trooper drinne. Holy Shit. 345 Tage her. Holy Fuck. Also Leute, wer seltene Skins sammelt. 800 V-Bucks. Krasse Scheiße. Target hat das drinne für 500. Der ist auch selten. 314 Tage her. Bullseye. Der zur Bullseye-Sat gehört, der. Ist schon crazy. Prismatic Edge ist drinne. Auch geil, muss ich sagen. Fand ich früher super nice. Bei einer der ersten Animated-Dinger, die rausgekommen sind. Generell Prismatic Edge auch bei der Axt, glaube ich, eines der ersten gewesen. War zuletzt noch vor 40 Tagen. Wir haben Rockout noch drinne für 800. 213 Tage her. Dann haben wir Deep Depth noch drin für 200. Der war drinne vor 60 Tagen. Und natürlich noch die ganzen anderen Sachen sind drinne von gestern. Ihr seht, Harley Quinn ist noch drinne. Die könnt ihr einzeln kaufen, beziehungsweise alles einzeln kaufen. Ich mach mal den YouTube-Chat schon mal an. Ihr könnt schon mal eure Meinung gerne reinschreiben, wenn ihr möchtet. Macht das gerne. Harley Quinn's hat das drinne. Wie gesagt, ihr könnt alles einzeln kaufen. Das Metal Mask Bundle ist drinne. Und nochmal alles einzeln, was ihr kaufen könnt. Und dann haben wir noch hier Lawthorn, die gestern reingekommen ist, Clash und Contender. Ich zeige dir nochmal eben schnell hier. Lawthorn war nämlich erst gestern drinne. Sieht eigentlich auch ganz nice aus, wenn der YouTube-Chat dann eingeblendet wird. Ich weiß nicht, ob er hier Faxen macht. Jetzt geht's. Und Clash ist noch drinne und Contender. Also, Highlight geht heute raus an Bullseye, würde ich sagen. Cool, dass sie einen neuen Style bekommen hat. Habe ich ja damals schon freigeschaltet bekommen, als das gerade rauskam hier vor ein paar Tagen. Geht das Highlight hin. Der ganze Shop bekommt von mir heute eine 8 von 10. Ich feiere den. Ich feiere den Shop. Ich muss sagen, ich feiere den Shop. Ich finde den geil. Es sind ein paar gute Sachen drinne. Zuki ist nice. Bullseye ist geil. Moxie geht auch klar. Trooper ist super selten. Die E-Mods gehen klar. Harley ist geil. Zeddy geht auch hiervon klar. Lawthorn ist cool. Clash ist cool. Also ein geiler Shop eigentlich. Greift zu. Auch ein paar coole 800er-Skins dabei, würde ich sagen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator Code, wenn du snipest. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.